Der Brita Wasserfilter ist für die Optimierung von Trinkwasser aus der Leitung gedacht. Er ist perfekt für köstliche Heißgetränke wie Tee, Kaffee oder Espresso geeignet. Durch das Filtern wird das Wasser deutlich weicher und die Aromen und der Geschmack von Tee und Kaffee entfalten sich viel besser. Zusätzlich sieht man bei Tee keine Schlieren mehr auf der Oberfläche und es bleiben keine hässlichen Teeränder in der Tasse oder Kanne mehr zurück. Bei Kaffee bekomme ich eine viel schönere Crema. Gefiltertes Wasser eignet sich auch prima zum Kochen. Wasserfilter sind darüber hinaus auch noch ideal, um meine Haushaltsgeräte vor Verkalkung zu schützen. Denn alle Geräte, die heißes Wasser verarbeiten, können sehr schnell ein Kalkproblem bekommen und müssen dann mühsam gereinigt werden oder gehen schneller kaputt. Zu guter Letzt kann man das gefilterte Wasser natürlich auch einfach so trinken. Unser Leitungswasser ist eines der bestkontrollierten Lebensmittel überhaupt. Und der Brita Wasserfilter reduziert neben störendem Kalk auch Chlor und andere geschmacks- und geruchsstörende Stoffe. So habe ich leckeres Wasser immer direkt und frisch aus dem Hahn. Das spart dazu noch jede Menge Schlepperei, ist wesentlich umweltschonender und außerdem viel günstiger als Flaschenwasser. Zusammengefasst ist ein Wasserfilter für vieles gut. Mein Tee und Kaffee schmecken viel besser. Haushaltsgeräte werden vor Verkalkung geschützt. Ich leiste einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und ich spare auch noch bares Geld. Viel Spaß beim Filtern!